Ich als Pumpe habe versucht, meinen Kalorienbedarf nur mit Gurken zu decken und musste das Selbstexperiment unerwartenderweise vorher abbrechen. Nach dem morgendlichen Spaziergang und dem Training hatte ich schon drei Gurken drin. Also in meinem Magen natürlich. So, ich habe dir was ganz Leckeres gezaubert. Gurkensalat. Ja, extra Gurkensalat heute. Dankeschön, diese Abwechslung, da freue ich mich. Um endlich mal ordentlich Kalorien reinzubekommen, habe ich mich dazu entschieden, eine 2 Meter Gurke aneinander zu stecken und zu essen. Nach sieben Gurken hatte ich dann schon 252 Kalorien drin. Das Problem an der ganzen Sache war, dass es eine ordentliche Masse war. Das heißt, erstmal verdauen. Ich kann nicht mehr. Ist das übel, ich kann nicht schlafen. Ich muss wirklich alle 30, 40 Sekunden Luft ablassen. Meine Verdauung hat absolut verrückt gespielt und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Am nächsten Morgen habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze abzubrechen, damit ich nicht den ganzen Tag auf dem Pot sitze. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was kann ich noch probieren.